Hallo, lassen Sie uns zu den Höhepunkten des Tages aufschließen. Erst im Dezember gaben Stefan Mross und Anna Carina ihre Verlobung bekannt. Nun die nächste Neuigkeit. Stefan Mross und Anna Carina schweben im Liebesglück. Im Dezember hielt Stefan bei das Adventsfeste 100.000 Lichter um die Hand seiner Anna Carina an. Wie die beiden jetzt verraten, laufen die Hochzeitsvorbereitungen bereits auf Hochtouren. Wie Anna Carina nun berichtet, haben sie und ihr Stefan aktuell mit der Hochzeitsplanung alle Hände voll zu tun. Noch vor einigen Wochen erklärte Stefan, dass er dabei im zweiten Gang unterwegs ist. Doch nun läuft die Planung auf Hochtouren. So erklärt Stefan bei die Schlagehüttenparty des Jahres, mittlerweile habe ich das manuelle Getriebe ausgebaut und habe Automatikgetriebe eingebaut. Damit es jetzt ein bisschen schneller dahin flutscht. Und auch Anna Carina hat eine ganz genaue Vorstellung von ihrem großen Tag. Das Wichtigste ist wirklich, dass die Familie da ist, dass die Freunde da sind. Und das andere, das schauen wir einfach mal. Es soll gemütlich sein und traditionell und einfach schön, fügt Anna Carina über ihre Hochzeitsvorstellung mit Stefan hinzu. Wann die beiden sich das Jahrbord geben wollen, ist allerdings noch nicht bekannt. Jedoch wissen ihre Fans schon jetzt, dass Florian Silbereisen ihnen als Trauzeuge zur Seite stehen wird. Wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Bilder. Vielen Dank fürs Zuschauen!